Ich hätte ja auch lieber fähigere Orks als Wachen, aber ich hab ja nur euch Magen. Passt auf, lasst niemanden durch. Sie sind uns im Weg, deshalb müssen sie sterben. Stopp, das ist aber in... Zack! Was hast du mir angetan? Bleib bereit. Bremdling, ich handle nach Saurans Willen. Es gibt nichts, womit du mich aufhalten kannst. Bleib weg! Natürlich tauchst du auf, während wir von einem Haufen schlammfressender Maden angegriffen werden. Gut, wir töten euch einfach alle! Der Kerl ist in Schatz. Was? Jetzt seid ihr einen Abflug! Gehorche mir! Du kämpfst an meiner Seite! Was immer du willst, heller Herrscher! Schätze, ich muss jetzt dir den Rücken frei halten! Nein, ich enttäusche Sauron nicht! Heute nicht! Schneide dich im Stil! Wir Urups halten zusammen! Für meinen Blutsbruder musst du erst an mir vorbei! Ich treffe immer! Reicht hoch die Jahrzehnte! Der Waldläufer ist hier! Achtung! Drüchele, ich werde dich wie ein Fiehl! Wenn er am Boden liegt, dann... Entschuldigung! Du schaust dich, Mann! Du schaust dich, Mann! Schau! Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Warum tötest du so ein armes, hilfloses Tier? Du bist wirklich grausam! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Beg for fire! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Weglas! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Bester! Bester! Hierher zu kommen war ein großer Fehler. Zeigt ihm, wie groß der Fehler war. Nein, schau! So greift die Ersten an! Der Mann! Der Mann! Der Mann! Schau! Ballad! Ballad! Zeit für einen Knall! Dann spüren wir das! Kommt ihm nicht zu nahe, wenn er ausholt! Dann spüren wir das! Du bliebst mir! Du zerquenzt meine Zeit! Das war's für heute.